So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe heute einen Kiyurim Community Raid gemacht, der ja durch den Community Day vom Wochenende, da konnte man den ja am Samstag nicht machen, ich habe das ja heute im Video schon mal erklärt. Passend zum Thema Community Raid und Day ist auch nun der nächste Community Day bekannt, nicht Raid. Ein Community Raid muss ich aber noch machen, eigentlich morgen mit Mega, was ist da eigentlich gerade drin, Mega Rex Blaser, ich weiß es gar nicht. Ich habe heute die Forschung aufgenommen hier von Ludisquad, ich habe Forschung aufgenommen von Tode Oma, alles war ein richtig schlimmer Tag, muss ich so sagen. Jetzt blicke ich gar nicht durch, wie ich was rausbringen soll, weil eigentlich ja auch Raider Mittwoch ist. Ich glaube, diese Woche wird Raider Mittwoch einfach wieder mal komplett wegfallen, damit wir alle zwei Wochen sammeln, weil es ja auch immer weniger Einsendungen werden und so und das Format eh nichts mehr abwirft und alles andere eben auf den Kopf gestellt wird und diese Woche so viele Forschungen da sind und irgendwo muss das alles raus. Jetzt ist schon wieder dieses News-Video dazwischen gequetscht. Oh mein Gott, Community Day im Januar, Bauts, Bauts ist das erste Pokémon, was einen Community Day bekommen im Januar, ist ein Starter, ja, ist neu als Shiny dann verfügbar, den gab es noch nicht, das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Der Dezember hat mich ja jetzt nicht so geflasht, weil das ja alles aufgewärmtes Gulasch war, jetzt kommt Bauts, ob Bauts jetzt gut oder schlecht ist oder nützlich oder süß, das könnt ihr für euch entscheiden, ich brauche es eigentlich nicht. Shiny, boah, da wird man sicherlich ein paar kriegen, wird es einmal durchentwickeln, aber theoretisch, ich habe Platzmangel auf dem Habanero-Account, kann auch wieder weg alles. Alles dreht sich auf jeden Fall um Bauts, Samstag, der 6. Januar, 24, von 14 bis 17 Uhr, merkt euch diesmal wieder, Samstag, ne, wilde Bauts erscheinen häufiger, äh, mit einer höheren Shiny-Rate, Silvaro bekommt natürlich eine exklusive Attacke, wie seinen anderen Pflanzen-Starter-Freunde, bekommt er hier Flora-Statue, Statue, das ist ja bei allen anderen Dingen auch so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein besserer Pflanzenangreifer ist, als seine Kollegen, es hat auch keine Mega-Entwicklung, ich denke da halt immer mal noch, dass Mega-Gewaltro, Mega-Bieser-Flora die Nase von haben, das jetzt also nicht so wichtig ist. Zusätzlich kann es eine Ladeattacke Schattenfessel erlernen, die kann es dann aber wohl für immer, also das ist die Sida-Attacke, Flora-Statue, Schattenfessel kann es aber dann für immer erlernen, ab dem Tag, ist dann vielleicht wieder interessant, in der GBL, GBL spiele ich aber nicht, also, keine Ahnung, ich werde an dem Tag aber spielen, oh mein Gott, da hat aber einer Bock, Spezialforschung gibt es natürlich auch wieder für einen Euro, mal gucken, ob die jemand wieder schenkt, finde ich ja immer gut, ich würde auch ohne spielen, aber wenn einer einen Euro da rein investiert, mir das schenkt, dann löse ich die natürlich im Stream mit, das geht ja immer recht fix, sind immer ein paar coole Dinge dabei, auf dem Main-Account, damals habe ich mir das selber immer gegönnt, für diese Spezialforschung erhaltet ihr keine Medaille, den Satz habe ich gefühlt noch nie gelesen, aber ist ja so, ihr kriegt keine Medaille, aber ich habe mir das immer gegönnt, ein Euro im Monat habe ich gesagt, für Sobi ist kein Problem, jetzt investiere ich nichts mehr, jetzt investiert ihr aber auf einmal in mich, ich bin natürlich dankbar, muss nicht sein, aber wenn das Community Day kommt, löse ich das natürlich im Stream und ja, da sind ein paar coole Sachen dabei immer, im Dezember gab es ja eine Top-Lade-TM in der 1-Euro-Forschung, diesmal wird es das nicht geben, das gibt es halt am Ende zum Super-Z-Day, aber wir haben wieder besondere Boni, dreifacher Fangstaub, der schmeckt auf jeden Fall jedem, deswegen sollte man das Event spielen, egal ob man jetzt das Shiny gut findet, egal ob man jetzt das Pokémon nützlich findet, Chance auf XL ist erhöht ab 31, 3 Stunden Rauch, zusätzlicher Spezialtausch, doppelte Fangbonbons, Lockmodule 3 Stunden, Schnappschüsse müsst ihr machen, tauschen kostet weniger, aber das, was sich groß unterscheidet, ist eben der dreifache Staub, manchmal habt ihr ja mehr EP, manchmal habt ihr verringerte Brutdistanz, diesmal haben wir diesen dreifach Staub und das ist für die meisten immer das, weshalb sie überhaupt spielen, die Bonus-Raid-Kämpfe mit Aboretos, wie heißt der, heißt der wirklich so, ich glaube, ich habe den Namen noch nie gelesen, gibt es auch wieder, viele versuchen da ja immer irgendwie Solo oder Duo, die zu meistern, ich habe noch nie so einen Stufe 4 Bonus-Raid-Kampf gemacht, damals nicht, heute nicht, sehe ich keinen Sinn, ich spiele nicht mal die drei Stunden, ich spiele ja immer nur eine Stunde und eine Stunde, reicht mir meistens, wir machen wieder unsere Challenge, wer kriegt das erste Shiny, wer das letzte Shiny, wer die meisten Shinies, das passt. Feldforschungsaufgaben wird es geben, Showcases wird es geben, mit Boutz natürlich an dem Tag, also ihr müsst jetzt nicht jedes Pokémon in XL, was ihr habt, aufheben, falls ihr es irgendwann mal ein Showcase bekommt, meistens ist ja, wenn ein Showcase von einem Pokémon da ist, das Pokémon sowieso da, deswegen, Bundle, Webstore, Eventboxen lasse ich weg, Sticker gibt es mit Boutz hier auf dem Ast, da sitzen mehrere nebeneinander, das war schon die ganze News und ja, ich freue mich auf die Showcases, da das für mich gut ist, eine Platin-Medaille irgendwie zu kriegen, immer mal setzen, immer mal dreimal Platz 1, zweimal Platz 1, einmal Platz 1, egal, alles zählt dazu, insgesamt 100 Stück für Platin, das passt, neues Shiny da und es wird eh jeder Sea Day mitgenommen. Habt ihr Bock, schreibt es mal rein, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und schreibt es euch in den Kalender, 6. Januar, 24, 14 bis 17 Uhr, da hat sich Pupsi erstmal eine Dose Bier aufgemacht, wer es glaubt.